Hallo. Moin. Ach nö. Überraschungspaket mit drinne hatte. Kommt das nur Miesophoniker oder hörst du 2K auch so lispeln, als hätte er ne Zahnspange drin? Ja, ist so. Kannst du nochmal World Champion sagen? Da dachte ich eben schon, was ist mit ihm los? World Champion. World Champion. Da ist zum Beispiel die Rockstar. Die ist da noch drin. Hä, warum schreiben sie die ganze Zeit, dass ich lispel? Ich lispel doch gar nicht. Hört sich so krass an. Entweder ist dein Mikrofon im Arsch oder keine Ahnung. Du bist über Handy drin, ne? Dann nimm wahrscheinlich dann das S und so. Du hörst dich so an, als hättest du so ein Helm auf für Zahnspange. Weißt du, so ein Zahnspangehelm. So hört sich 2K gerade an. Ey, Gott der Fuck, Alter. Da ist die Spange richtig rum drin. So? Hört mich jetzt richtig an? Ja. Ja, ist deutlich besser. Ist das jetzt besser? Ja. Äh, was ich noch sagen wollte. Ähm, was merkwürdig ist... Vielleicht kannst du... Alter! Ich lispel nicht! Ich kann nicht mehr... Hört ihr das bitte mal nach dem Stream an. Warte mal, warte mal. Wollt ihr mich verarschen hier, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich?